Die Zahl der HIV-Neudiagnosen in Deutschland ist auch 2008 gestiegen. Die Homo-Lobby und der MDB Volker Beck waren unter den rabiatesten Kritikern vom Papst Benedikt XVI., als er dieses Jahr im Flug nach Afrika gesagt hat, dass Kondome das AIDS-Problem nicht lösen würden. In krassem Gegensatz zur pavlovschen Empörung der professionellen Homosexuellen über den Papst stehen die neuesten Zahlen der AIDS-Statistik. Zwei Drittel der Neuinfizierten sind Homosexuelle. Obwohl die stark subventionierte deutsche AIDS-Hilfe ständig den Homosexuellen die Verwendung von Kondomen in Straßenplakaten empfiehlt, steigt unter ihnen die Zahl der AIDS-Infizierten ständig. Er stellt sich dann die Frage, sollte die deutsche AIDS-Hilfe nicht umdenken und den Homosexuellen Enthaltsamkeit als Mittel gegen AIDS empfehlen, so wie das Papst Benedikt XVI. getan hat? –